Die Tschechische Republik ist ja bekannt für Architektur. Und auf Platz 17 finden wir einen Körperbau, von dem man sagen kann, er gehört zu den sieben Weltwundern unserer Zeit. Sie ist das Model der Marke Gess, die absolute Traumfrau, Eva Herzigowa. Man behauptet immer, Models machen permanent Diät und unendlich viele Workouts. Doch Herzigowa treibt kaum Sport und hält ihre Traumfigur allein mit Obst und Käse in Schuss. Herzigowa braucht vielleicht keine Hilfe, doch der Normalsterbliche muss aufpassen, dass er bei diesen atemberaubenden Kurven, diesen langen Beinen und schmachtenden Augen keinen Herzinfarkt bekommt.